Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Episode World of Warcraft mit Exterior und Mulenya. Hallo. Grüße euch. Guten Tag. So, wir haben wieder Quest, wieder im Norden. Ja, ich verzauber mal eben kurz hier weiter. Ich musste eben schnell fertig abgeben und annehmen. Sag mir Bescheid, wenn ihr fertig seid, dann höre ich auch oft mit den Verzauberern. Komm mal her, Mulenya. Wo bist du? Bleib mal stehen. Staub einfach stehen bleiben. Ich will nur mal wissen, wieviel Schaden das macht. Es ist bei Mob zu Mob immer so unterschiedlich. Manchmal macht es 700. Du greifst mich an, ja? Ja. Jetzt battlen sich die beiden. Macht mal ruhig. Ich versuch's zumindest. Es ist kein Battle. Nein. Ach scheiße, ich muss zum, ich muss zum Verzauberungslehrer. Kann mein Level nicht mehr erhöhen. Gibt's hier ein? Ich muss jetzt erstmal irgendwas verkaufen. Kannst du damit auch heilen? Verzauberungslehrer willst du? Ja, ja, ich heil damit. Ich brauche Schaden und Heilung. Nicht schlecht. Ich brauche einen Verzauberungslehrer. Den willst du ihn nicht finden. Hm. Der soll was verkaufen, was ich brauche. Kann nicht weiter skillen. Okay. So, also ich wär soweit. Ja. Glaub ich, glaub ich hab alles, ja. Ich auch. Okay. Soll ich uns mal wieder anmelden? Ach nee. 16 Minuten noch. Seh ich grad. Das ist ganz schön lange, ne? Mhm. 30 Minuten. War das nicht voll, nur 15 Minuten das erste? 15 Minuten fürs Battleground. Bei mir waren doch 30. Mhm. Aber erst 15, und wenn du das nochmal gemacht hast, dann 30, glaub ich. Du, 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 du. Dungeon Deserteur ist schon, ja, schon blöd, aber ist auch irgendwo richtig. Obwohl du es ja damals eh nicht gebraucht hast, weil man ja eh ne Gruppe selber bilden musste. Ja. Ja, eben. In der Hauptstadt suchen das das, und dann wurde angepasst, und dann ging's erst los. Richtig. Gute alte Zeit. Ein Affe. Ein Affe. Mehrere Affen. Auch nicht. Auch nicht. Kann man hier noch hoch, wenigstens. Ruine von Sukunda. Ich häng' mich fest hier. Äh. So. Die da. Einen von sieben Mystikern. Okay. Das hier oben gab's auch immer diese Artefakte dann für Archäologie. Ja. Konnt man hier eigentlich fliegen? Konnt man hier fliegen? Nee, konnte man nicht. Nee. Also ganz, als das Fliegen neu reinkam, konnte man hier noch nicht fliegen in dem Gebiet. Also überhaupt in den alten Gebieten. Nee, nee. Das kam erst mit Katta, dass du in den alten Gebieten fliegen konntest. Stimmt. Mit Katta kam das erst. Woher konntest du hier nicht fliegen. Weil hier ist ja auch hinter den ganzen Bergen und ist ja immer nichts gewesen. Stimmt. Hier ist ja kein durchgehender Weg. Er war's! Er war's! Rettet dich! Ja. Für die Huldemite. Ach, die haben wir schon. Wer hat befeiert? Ach du! Ich! In die Heldemite. wollte ausprobieren was ist denn da auf der karte abgebildet für ein boss es ist ein rahmen ob das ist nicht glaube ich fest was den wir machen wäre blöd ein rahmen aber auf der karte anzuzeigen und da fehlt irgendwo den sinn die rahmen mobs werden nie seit panda werden angezeigt der karte alle rahmen doch mal in diese richtung bewegt ja aber das ist ja nicht das rahmen ob zeichen die rahmen ob sie angezeigt werden die sind sind silberne schädel und hast recht kreuzern super elite pvp hier drüber hübschen für super geheim geheim 1 meter 50 abkürzung ja wenn man dann drüber kommt ja nichts weiter als ein quest ich laufen zu kann ich machen schafft ihr es wir sind rum drumherum gelaufen er ist doch bestimmt eine quest drop ach nee wir brauchen den aber der drop bestimmt auch einer sieht so aus sie ist das an der weg ist das sogar noch einer kleiner machen jetzt sehe ich auch alles wieder die karte da habe ich das nicht gesehen was ist das für ein geräusch was für ein geräusch als wenn der raptor junge da die ganze zeit am rumschreien ist ich auch wieder weg okay das haben wir nur noch die jagd wir haben ja alles geschafft ja ja die rumpen ach verdammt runterspringen hast du heute deine probleme ja die habe ich aber immer beim zeppelin auch ist kein minecraft ja da kann ich das auch nicht alles wo ich springen muss das ist alles was wir genau willst du dir einen der tiere zähmen äh nö weil du hast ja lange nichts mehr gemacht auch nicht diese bosse bangladesh oder so kann man die zähmen ja ja natürlich ja doch ich glaube dann zähme ich mir davon ein wir nehmen den talheuler hier mit den affen dann haben wir es mit bananen füttern und das aber der wirft mit hört sich blöd an aber der wirft mit kacke ja das macht der weg hier ist ein level 90er ne ist kein level 60er 55 vielleicht gerade eben dk aber wir uns trotzdem verhauen so was ist das jetzt hier nethering hemingway gibt uns hier tolle quests achtung der dk ist noch afk ja noch das ist mir egal vor allem ist auch noch einer vorbeigelaufen wenn der uns umhauen will dann haut der uns um können wir eh nix machen richtig noch nicht wir rächen uns dann irgendwann irgendwann wir merken uns den namen wir schreiben uns den auf und dann genau wir legen eine racheliste an ja wir können den ja mal angreifen hier muss noch die quest wo ist die quest hat er 9000 es geht es waren viele quests diesmal aber wir sollten erstmal mit der krokodilshaut hier anfangen das ist immer nervig gewesen ja genau das geht jetzt eigentlich und jetzt unter wasser feuerball der hier hat eine bei mir die grünhügel von stranglethorn ich hab sie auch gefunden hier gibt es sogar noch die diese diese gibt es anscheinend noch es gibt nur die eine seite glaube ich ja genau gibt nur noch die vierzehnte hallo lotest du ihn auch und zwar sind 42 oder so ich glaube ich muss mich mal reparieren ich merke gerade ich bin auf 45 prozent runter geht das nicht im wasser dass man schneller im wasser ist wie mit meiner engelsfeder so ich habe die haupte an wasser auch schneller ist ne uns fehlt also mir fehlt auf jeden fall noch eins das sind ja noch krokodile da drüben heute hänge ich irgendwie so ein bisschen hinterher bei euch da ziemlich flott muss ja auch mal sein da liegt noch was vielleicht hat der was ja ich habe alles kann ich alle gar nicht looten die ihr da habt was hat da hinten den ach immer wieder rüberschwimmen kann man hier irgendwo reparieren kann schwimmen 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 ich glaube konnte man ne ja reparieren ja ja klar die haut habe ich ja wollen wir die gleich abgeben oder erstmal weitermachen ja ja ne die direkt abgeben was wir hier gerade haben zwei stück könnte ich hier abgeben ja ich auch die grünen hügel von strenatorn ja yay yo damals haben wir die seiten noch getradet weil man ja alle brauchte ja damals ganz inventar voll ja ich habe die ganze bank mit den dingern voll gehabt und habe mal gesammelt ja und dann schon für für twinks und so alles aufgehoben ja am ende hat es ja eh nichts gebracht ne diese quest war ja eine ganz normale quest auch von der xp her war die nicht besonders ja aber es gab ja diesen erfolg müssen wir die eigentliche hat müssen ja hier muss eigentlich alles töten stimmt es ist echt übel dass ich kirchner noch nicht so weit habe das wäre jetzt hier so das richtige gebiet mh 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 Das ist aber natürlich auch egal, wir brauchen ja eh nicht alle Quests. Tigerjagd abgeschlossen und jetzt töte andere Tiger. Wir sollten die Quests abgeben gehen, die wir gerade noch haben, weil wir haben jetzt noch 5 Minuten Deserteur, wir geben die Quest ab, gehen in Stunts rein und dann haben wir eh alles nur noch graue Quests. Ja stimmt. Ja stimmt, das wird mir dann... In 5 Minuten können wir ja dann auch wieder... In die Instanzen. Weg. Tup! Habt ihr Level Up danach wohl mit den Quests? Keine Ahnung, ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Balken noch. Und du? Ähm, 4. Ich hab noch 12. Ja, dann sind wir im 4 Kästchen Abstand. Ja, jeweils. Ich von dir und Mulenna von mir. Genau. Hier. Gürtel. Gürtel. Das sind immer so Sachen, die wir nicht mehr brauchen, ey. Das ist doch kacke. Kopf. Hier ist der Folge Quest. Zuhose. Gürtel. Nee. Okay, ich nehm die jetzt erstmal an. Die Quest. Ob wir die dann machen, werden wir ja sehen. Also ich hab noch 1,5 Balken, also es gab jetzt kein Level Up bei mir. Nicht? Nö. Dalu müsste. Ja. Ja. Hat er gerade. Okay. Kann, ich kann was super tolles Neues. Endlich hab ich nen Silence. Ah. Guck. Das wird doch hier. Ja, ja. Ja, scheiße verkaufen hier. Warte, die Folge Quest. Welche war das jetzt hier gewesen? Also wir werden jetzt aber so schon weiter geschickt mit den Folge Quests auf die andere Seite. Ja, da unten. Ja, aber da unten sind aber 1000 Quests. Ja. Sind ja alle noch grün. Also wenn sollten wir... Ja, wir können die auf jeden Fall noch machen. Also für ein Level werden sie bestimmt noch halten. Mhm. Ja, wir haben ja auch noch 5 Minuten Aufnahmezeit. Was machen wir denn? Machen wir dann lieber die da unten mit Neslok sprechen, weil das da unten sind ja schon die höheren Quests dann. Und dass wir die anderen... Ja, mit Neslok sprechen würde ich auch sagen. Direktorenjagd. Mojo haben irgendwas, wo wir noch Mojo bauen. Also die Mojo, der Schädelspalter und mit Neslok sprechen. Den Rest würde ich abbrechen. Ja, dann lass uns... Ja, da. Ist ne gute Idee. Okay. Das ist dann auch... Das... Das untere... Die sind aber alle schon grün. Ja. Ja, aber die da unten könnten ja dann eine höhere Stufe kriegen. So Mojo und... Verhalten. Okay, dann... Abbrechen. Kriegerjagd. Kriegerjagd. Pandajagd. Etwas zusammenbringen zum benötigen. Weg damit. Was hab ich denn hier noch? Ach so, das ist immer noch das. Ah, okay. Diese Quest aus... Gnomen, brauchen wir die noch? Ich weiß nicht, die Pro... Wir sind mal nicht, wir können sie jetzt auch abbrechen. Ist jetzt nicht wichtig. Ich hab den Gegenstand auch weggeworfen. Ja, mach ich das auch. Ich hab den Gegenstand weggeworfen und die Quest abgebrochen. Ey, ihr seid ja schon losgezogen. Ne, wir sind schon da. Das Basislager, wo du grad drin bist, wird angegriffen. Also wir werden schnell abgehauen. Schreibt mir jemand von wegen, äh... Bock schnell 100 Gold zu verdienen? Ja, hatte ich grad auch. Ne, danke, bin reich genug. Einfach ignorieren. Anscheinend nur weibliche Charaktere angeschrieben. Hier ist doch irgendwo Bangal... 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 Das ist das Dorf, wo wir waren. Heiß nicht. Ne, das ist... Kann man den 10? Doch. Ach, Bangladesch, warte, der steht ja auf diesem Berg. Aber nicht auf dem. Welche Kunde... Klausch, weiß 10 Bar. Doch, König Bangladesch, ja. Mach ne Eisfalle, wenn du schon hast. Ich muss erst mal mein Tier hier freigeben. Ach so, der will, äh... Unterschriften für seine Gilde. Ah, okay. Ah, ich falle und zähm ihn. Und ich feuer dich an. So. Ach, komm, diese kleinen... Kannst du mir die wegnehmen? Hä? Ach, hier oben seid ihr. Ja. Ja. Hey, geht's halt. Cool, vielen Dank. Das ist ja genial. Den nenne ich jetzt Flöckchen. Flöckchen? Oh, das ist cool. Nein. Der braucht irgendwas... irgendwas Cooles, da muss ich mir noch was übernehmen. Ich würde den genau so nennen. Ich würde den König Bangladesch nennen. Ja? Weil sonst sieht er ja aus wie eine normale Katze. Stimmt. So weiß man ja wenigstens wer es sein sollte. Ja. Sehr cool. Ach, das hier ist, äh, Dings, ne? Ähm, Allianzlager, oder? Hier rechts? Ja, hier unten ist auch nochmal ein Alli-Lager irgendwo, ja. Ja, aber irgendwo hier muss auch noch so ein Troll drinnen stehen zum ansprechen, glaube ich. Wenn das nicht weg ist, ja. Aber hier? Da. Den Schädelhauf. Okay. Ops. Kann ich grad nicht. Wird benutzt. So, jetzt. So. Oh. Das geht gar nicht. Ich kann den gar nicht so nennen. Geht nicht? Ne, ist zu lang. Ach, schade. Kannst du vielleicht ne Abkitzung müssen? Ohne das König. Ich mach einfach König B oder sowas. Oder ohne das König. Ja, das geht auch. Ähm. Ohne, ne. Ich kann mal überlegen, wie wird ne geschrieben. Banga... Vielleicht wie er gesprochen wird, ne? Eigentlich schon, ja. Oh, das Mojo hat ein neues, äh, die nutzen jetzt Flaschen. Ähm. Ah, stimmt. Ist nicht mehr so dieses blaue Zeugs. Ah, na, das ist ja noch ein anderes Mojo, und das ist ja questgegenstand Mojo, aber vielleicht gibt es das blaue Zeug ja auch noch. und die 20 minuten sind schon wieder um eine güte ja der part vorbei und wir begeben uns noch meine instanz genau bis zum nächsten mal ist denn